Okay, da verhält sich jemand sehr merkwürdig, ich verfolge ihn mal. Ich bin heute ein Polizist, und das ist mein Polizei-Revier hier. Und ich habe hier nur so etwas gehört. Aha, so, okay. Was macht er denn? Oh, jetzt hängt er zu lassen. Ich stehe. Das will ich mit uns machen. Ja, schönes Winter heute. Ja, moin Simeon, ich wollte kurz sagen, ich bin die Karriere vorbei, ne? Alles klar. Ah, habt ihr gehört. Ein Auto schiebt. Okay. Oder soll ich die Karre abbrennen einfach? Abbrennen? Ja, okay, dann mal. Ja, ne. Der Lohn ist egal. Was ist das denn? Jetzt machst du die Ampel ja nicht so scheiße bekommen, oder was? Ganz schnell die Ampel, äh. Ganz schnell die Ampel, äh. Ganz schnell die Ampel, den jetzt machen. Naja, deine Zeit ist mir egal. Du gehst mir mein Geld drüber. Ich bin derjenige, der hier die Karre besorgt und nicht du. Du verkaufst die Kacke immer. Ja. Also ich bringe sie dir vorbei und du sagst mir, was damit ist okay. Okay. Ja, ne, das, ja, okay. Ich bin in Pfeffi Dunder. Ah, klar, bis gleich. Telefoniere am Steuer. Okay. Hab ich gemerkt. Speedcard. Alles klar, Simonian kannst du mir sorgen, dass ich, äh, keine... ... dass ich, äh, keine... ... dass die Kost mir hier erwischen. Kann ich über, äh, rote Ampel fahren, sondern es ist easy. Ah, das ist knapp, eben. Okay. Ampel sind ausgestattet. Okay. Was ist das? Oh, nochmals, okay, ist der Lick. Ah, ich bin wirklich da, ja, ist klar. Okay, ja. Gut, haben wir ein Navigationssystem, dann muss ich nicht so nah dran bleiben. Auch seitdem ich kopf bin, hab ich wirklich Freude. Ja, okay, also es folgt mich keiner, okay. Ich gebe Stoff, okay. Ein paar Minuten, ob ich da bin. Alles klar. Das könnte langsam ein bisschen gefährlich sein, ich bleibe noch ein bisschen auf Distanz. Wo ist denn ich dann später? Was ist denn hier jetzt? Ich will mal kurz jemand anrufen, geht ja gar nicht, wo ist der denn jetzt hin? Was kannst du mir helfen? Ja, okay, pass auf. Ich bin jetzt mit der Karre hier. Wie die Kochs waren hier, die hab ich mitgenommen. Sind sie jetzt verarschenlos? Ja, ich hab die Karre jetzt hier vorne. Ja, kommen wir jetzt hier. Okay, scheiß drauf. Ich hab die Karre. Schade um diesen Oltern. Ich muss ihn irgendwie erwischen, bevor er es verbringen kann. Da kann nichts machen, ich hab's zu gefährlich. Ich brauche ein Ort, wo mich keiner sieht. Eigentlich echt total, dass ich die Karre verbringen muss. Aber ich mach ja bloß raus, wenn ich es verbringe. Ich kann mir nur von zwei Karren holen. Besser ist. Ja, ich weiß, wo sie sich verbrennen. Ja, ich weiß, wo sie sich verbrennen. Das ist ein Rügel. Rügel. Und dann käms die hier. Okay. Tja, mein Charms-Auto. Das ist das Navigationssystem so gut. Hm. Da muss ich da hinten dran sein. Ja. Ja. Ich bin mal verstecken. Ja. Wir hätten aber eben fasten. Dann muss er den Notan natürlich bezahlen. Schaden. Zahlen. Alles schöne Innenräume rein dafür. Dann brennt hier alles hinten ab. Das ist nichts mehr übrig sein von dem Wagen. Alles weg verbrennt. Das sieht mich überhaupt keiner. Das heißt, wenn es mich jetzt selbst, wenn ich jetzt in den Kopf fassen würde. Das könnte nichts machen. Ja. Warte mal. Ich hab' ich richtig mal gemacht. Ich verneke an. Oh, ein Fluchtauto. Gib mir meinen. Wo ist der? Warum schiebt er mir einen? Ich hab' mir einen Spitzel-Sortrag gekauft damals. Ich hab' mir einen Spitzel-Sortrag gekauft. Genau für diesen Tag. Ich hab' drei Jahre noch noch gewartet. 8,11 ab Cabrio. Wenn das nicht gut ist, weiß ich auch nicht. Doppelspur ist besser als... Okay, wo ist mein Auto? Oh Gott. Wir sind jetzt hier rechts. Okay, ich sitze an. Tja. Noch schnell ein Foto machen. Das war's mit dem Auto. Wieses heile noch. Das kann nicht sein. Guck, der hat's probieren. Wie ist das Auto noch heile? Das kann nicht sein. Das ist nichts dran. Kommt hier. Scheiße, habe ich gesehen. Scheiße. 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 Ja. Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache. Ich wusste, ich bin nicht alleine, ne. Momentum echt nicht viel los ist bei der Sekunden. Oh. Hey, ist mein Scheiß, ich war sehr klar einfach. Das muss ich natürlich auch. nein ich hab's nein 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 lauflauf enderhoch ein scheiß weg Ich bin weg! Ah Mist, hab ich erwischt. Nein, 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 das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Da ist mein Auto. Schnell, schnell, schnell. Ach Mist. Schnell, schnell, schnell. Achtelfer, genau. Achtelfer. Los, los, los. Hier ist er, hier drin. Ich hab das Navigationssystem. Genau. Achtung! Ich bin weg! Nein! Ich bin weg! Ah, Mist. Strassenverkehr hat nicht gereicht. Ich versuchte versenken. Ich versuchte versenken auch eben. Das darf nicht sein. Mist, jetzt haben die auch mich runter. Ah, Mist. Die Scheibe ist nicht kaputt. Oh, fast noch. So. Falsch gefahren. Halten sie an. Ja. Hände hoch. Ich kann euch nicht aufhalten. Ich hab Monstersteuer über Reifen drauf. Ist mir egal, ich mach's trotzdem. Mist. Ja. Ich werde schnell hier abhauen. So. 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 Das hat mich durchgeschwindet. Okay. Steigen sie aus. Händen nach oben. Händen nach oben. Händen nach oben. Guten Abend. Händen nach oben. Was haben sie euch gemeint? Ich hab sie ganz lange verfolgt. Ich hab alles gesehen. Ich hab nichts gesehen. Was? Was? Sagen sie doch etwas... ...Ehrlicheres. Ich sag gar nichts. Sie kriegen mich nicht. Ich fahr jetzt hier wieder weg ganz einfach. Das nächste Mal kommt der Minigun. Ja, 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 ja. So, aber ich bin ja ganz gut. Er hat keine Chance. Wiedergefahren. Und die Leute meinen, sie seien einfach unbesiegbar und... Das ist ja einfach mein Auto. Und die Leute meinen, sie seien einfach unbesiegbar und... Ja. Da muss man halt ein bisschen gröber oder so. Okay, das war nicht so toll von dir. Lieber Verbrecher. Aber ich kann uns auch nicht so viel wandeln. Vorbei. Okay, ja. Dann steigen sie doch nochmals aus. Wiederholen wir das Spielchen. Genau, mit der Tür. Nehmen sie die Tür gleich mit. Hallo, bleiben sie hier. Okay, ähm. Wer ist dann mit... einer billigen Knarre. Hm. Nichts passiert. Ah! Sie Arschloch! Hände hoch! Meine Hände sind... Sie haben meine Hände gar schossen. Ich ergebe mich. Hände hoch! Ich ergebe mich. Hände hoch! Aber ich habe Familie. Das geht nicht. Bruder, mach mal keine Augen, Bruder, ja? Bruder, mein Fuß! Bruder, eine Krankenwagen! Steigen sie ein, kommen sie mit mir. Bruder! Handschelle! Hallo! Bruder, was ist los? Ja, Bruder, was ist los? Bruder, was ist los? Jetzt... Hände hoch! Zwei Barschloch! Ja! Okay, ich ergebe mich! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir sehr leid! Jetzt... Es tut mir sehr leid! Okay. Handschellen! Immer so kurz zum... Ja... Perfekt! Das geht nicht! Hallo! Sie müssen mir... Jetzt... Sonst werden sie nochmals durch die Luft... Lüfte gehen! Nein, nein! Unterlassen sie dann! Nein! Nein! Nochmals! Also kommen sie jetzt mit mir! Okay. Sie werden jetzt in Gewahrsam genommen. Ja... Ja... Scheiße! Hallo! Ich schau, jetzt kommen meine Kollegen! Jetzt hast du gar keine Chance mehr! Nein! Nicht mich! Ich bin... Ja! Ja! Ich klau doch ein Auto einfach! Das ist mir scheißegal! Ja! Nein! 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 Ich hab auch einen Klappen! Nein! Komm! Steigen sie an! Schnell! Sonst sterben sie wieder! Diese... Verbrecherbanken! Die sind alle von der Mafia! Verkauft! Heidel! Oh! Ich gesöhne! Ich klau jetzt ein Auto! Und sie hat mich nie wieder bekommen! So! Glas klar! Nein! Jetzt kommen sie mit mir! Sie müssen! Okay! Okay! Mit mir kommen! Hallo! Geht's noch? Steigen sie nochmal ein! Nein! Ich klaue ein Auto! Ich bin weg! Nein! Hehehehe! Mach's das mit der Waffe! Nein! Hilfe! Ich bin weg! Ja! 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 Gut! Ähm! Ähm! Warte kurz! Muss mal kurz hier los! Oh ja! Genau! Ich bin der Müllmann jetzt! Ich klau jetzt das Müll! Ah! Ja! Genau! Ey! Die Polizei ist so gut! Dankeschön, Polizei! Ah! Komm mal! Erfände mich doch! Wieso? Sieh da! Sie haben mein Auto geklaut! Das... Weißen Sie! Ich werde mich jetzt vom Berg stürzen! Mein Leben hat keinen Sinn mehr! Okay! Ein Selbstmörder! Wir müssen ihn aufhalten! Er muss noch weiterleben und für seine Taten büßen! Schlechtes Auto! Nein! Mein Auto! Ja! Ich bin weg! Stecke fest! Ich bin weg! Nein, wir müssen weg! Sehr guter! Ich bin weg! Das ist der Werk! Ich bin jetzt am Märchen schüssen! Nein, gut! Ah! Hier vorbei! Nein! Was macht er? Nicht mein Auto kaputt, Mann. Ich habe eine Mini an meinem Auto. Sobald ich hier irgendwas machen werde, ich sofort in die Luft gehen. Also. Bleiben Sie einfach dort. Meine, 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 meine. Bringen Sie sich nicht rum oder ich helfe Ihnen kurz. Geil. Aber bitte, lassen Sie das Auto stehen. Ich brauche es doch wieder. Ach man, diese Müllmänner haben eben so schlechte Autos. Das war's. Nein. Das hörte sich nicht gut an. Mein Auto. Nein. Wo ist es? Ist es weg? Mein Auto. Oh, Mann. Was ist mit meinem Auto passiert? Was ist mit meinem Auto passiert? Eeeh, wo ist es? Es ist rock? Hm. Ich habe es nicht mit meinem Auto passiert. Ah, ja. Mein Kotze ist draußen. Gut, ähm, wo ist er jetzt hin? Was macht er dort oben? Sieh da! Aus dem Auto! Nein! Er hat überlebt. Keinen Leute Kopfschüsse überleben. Ja, genau, das ist viel besser. Keinen Lola, Aska! So, ich muss ihn jetzt bekommen. Meine Aufgabe als Polizist darf nicht scheitern. Jetzt muss ich leider wieder einen Job suchen. Das ist momentan in der Corona-Krise so ein Problem, Jobs zu finden. Die auch wirklich gehen. Aha! Bleiben Sie stehen! Keinen Schritt weiter. Keinen Schritt weiter. Steigen Sie nicht vor. Ich steige aus und ich weiß, wie das geht. Waffe weg! Waffe weg! Ja! Nee, ganz eh, Waffe weg. Ich bin nicht so schnell. Kommen Sie mit? Ja. Stell Sie sich vor an der Klippe ran da. Äh, ja, aber ich möchte nicht hier unten spielen, okay? Das werden wir noch sehen. Sie haben mein Geschäft kaputt gemacht. Sie haben mein Leben zerstört. Nein, das nicht. Ich darf jetzt keine Autohandelmission mehr machen, weil ich es verkackt habe. Ja, dafür dürfen Sie gerne nochmals sterben. Ich sterbe hier im Scheißdreck. Ich bin noch nicht mal einmal gestorben. Sie dagegen werden jetzt sterben. Genau, da hin. Da! Sprengen Sie! Sprengen Sie! Sprengen Sie! Oder ich muss die Leiter schießen. Drei. Zwei. Okay, okay. Eins. So. Ringen Sie! Okay. Ich springe ja. So. Ja, mehr kann ich nicht. Sprengen Sie sofort auf eine Klippe. Da! Oh! Genau so geht das. Bye, bye. Ich würde eigentlich Sie abknallen, aber ich... Ich komme wieder. Keine Sorge, ich komme wieder. Es ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Ich werde mich jetzt auch von der Klippe stürzen. Bleiben Sie da! Wo ist die Chris? Er darf nicht umgebracht werden. Ich muss ihn umbringen. Er darf sie nicht selber umbringen. Nein, mein Auto. Mein geklautiges Auto. Ich werde jetzt... Es wird der PG. Es wird der PG geschossen. Ich werde jetzt sofort wieder weggehen. Mist. Was soll ich jetzt tun? Wo sollen wir... Das war's! Oh, da war ein Baum. Das war's! Hey, Motors, bauen Sie mal einen Helikopter für mich. Ich werde jetzt hier am Strand leben. Weit weg von der Zivilisation. Ich werde mich jetzt hinsetzen... ...und beten, dass alles gut wird. Nein, 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 nein. Das ist ein Job, in dem Job tut immer gut. Wo ist der? Ich werde mich jetzt umbringen. Nein! Ich habe nicht. Ich habe das nächste Shot, Alter. Nein! Das ist das für ein Video, Alter. Das Video ist scheiße. Das Video ist das Beste. Das sind immer die lustigsten Sachen. Die einfach spontan... Tom, 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 Conors, oder Tom Corona. Heißt das, glaube ich, oder so. Das ist so. Hey, Mann! Ich bin blöd. Ich werde jetzt von Mary Ratter einen Hinkopf bestellen lassen. Diesen Helikopter werde ich mir mieten, klauen und sofort weg sein. Ich werde weg. Weit weg. Bei der Falle ist es... Von der... Ich habe viel... Ich glaube, Rockstar hat noch weniger Bock auf das Video. Speichenfegelschlag, Speichenfegelschlag. Hehehe, das ist echt so. Moment, ich komme gerade mit einem der schnellsten Fahrzeuge. Und wenn sie fortfliegen, bitte auch einen Spawn für mich. Da oben ist ein Helikopter. Da oben ist ein Helikopter. Da oben ist ein Helikopter. Lande hier. Lande hier. Lande. Ich sage jetzt Lager. So, landest du aber nicht im Lagerfeld, oder? Luftfahrzeugwerk. Nein! Nein! Hey, hallo! Raus da, raus, 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 raus. Wenn die Granaten nicht weiterfliegen. Ja, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg. Ich habe mich zweimal erledigt und noch dich mehrmals. Ich bin der Töter des eigenen und des Gegenspielers. Jetzt gibt's deathmatches. Ah, jetzt geht's los. Versteckt sich. Ja, das war's mit dem Sniper. Ja, mit dem Sniper, genau. Ja, ja, ja. Ich bin wegsniper. So, jetzt mit Pistole. Nur mit Pistole, okay? Okay, Leute, das war's von dem Video. Ja, dann möchtest du es nicht weitermachen. Ähm, wir haben heute das, ähm, ein, 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 nachgestellt, wie wir, also, wie wir halt einfach, als, 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 also, wie er als als Cop und wie, an die, an die, an die, an die, an die, an die, als, 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 zwar, als Verbrecher. Lass ein Like, wenn es ganz cool war. Wiederschauen und reingauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.